Dabei wäre das ja das ideale Brennmaterial, wenn man sich ja eh entsorgt werden. Genau. Ich hab das ja gesagt, dass es nicht mehr so gut ist. Ihr habt hier so geile Lens-Flair-Effekte drauf. Guck mal, Jan. Krass. Ja, sieht krass aus, ne? Ja. Heftig. Sieht aus wie ne alte Next-Generation-Freude. Ja, ja. Sieht voll die heftigen Lens-Flares. Ja. Aber sobald man von vorher weg geht, sieht die Kamera gar nichts mehr. Naja. Das ist auch gut gewesen. Es dauert auch so.